ich guck mal ja ein herzlich willkommen einem wunderschönen doch hier sind eure games auch seite mit natürlich wie immer saubermach frau über kurz streckenfunk jawohl schönen guten tag ja heute ist leider nicht saubermach wie heißt denn heute ich merke doch meinen eigenen namen nicht mehr wie heiße ich denn du bist bernd zimmermann und ich weiß als berger richtig und heute spielen wir natürlich real life aber drei drei jahre genau woher schießt achtung Pankstellen rauchen aber mal gucken was da abgeht hier warum ich mit dem Funkgerät labern wenn wir nebenher sitzen oder auch bitte blöd nur fliegekohlen wie du da bist 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 du da und hinten ich kann nicht mehr ja ja da geht es nicht lang so geil aus der berg aus rum ja vor allem wo der hände ist hier rechts kommt nur ein berg hier da kommt uns... da kommt mir zu uns ich schätze da kommt uns zu uns da kommt rein da kommt zu uns in der Politics Oh, das ist ein bisschen durch mich Ja, 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 ja Das finde ich ja noch nicht schnell Entschuldigung, ne? Hallo Mal fragen, was ihr hier so macht Ja, unser Auto ist oben auf der Straße kaputt gegangen Wir haben natürlich kein Repair Kit mit Und jetzt laufen wir eigentlich hier rüber in den Minimarkt Wir wollen uns ein Repair Kit kaufen, weil wir zurücklaufen und das Auto reparieren Okay Ach, der wollte dann wahrscheinlich hoch nach Santa Maria, ne? Moment Ja, genau Dann verletzt sind wir auch Ja, verletzt sind wir auch, genau Kommt immer so ein weißes Ding da hier was blinkt hier mit so einem ja Guckloch Der gute alte Schmerz Genau Danke Danke Auch einen kleinen Pikse Na, freile Danke, danke Das ist schön, jetzt sehen wir uns wieder ordentlich Kriegen Sie was dafür? Ähm... Ich euch mitnimm nach Santa Maria Das bummert mir das Herz Was ist hier los? Das ist ein kleine nebenher Ei, 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 ei Das bummert der Soll ich euch hoch zur Maria fliegt? Ne, das sind ja bloß 651 Meter Das laufen wir Das kriegen wir schon hin Aber trotzdem danke, ne? Jo, vielen vielen Dank Wolle Außer damit mein Herz mir der Rhythmus geht Mal auf meine Ohren und leckt mich fett Ja, nicht so viel trinken Aber das hilft Also, ne? Genug Wasser aber Echt genug Ja, er trinkt ja immer andere Sachen hier Herr Kollege Na, ne, ne, na, na, na Na, freile Naja, dann machen wir uns mal auf die Spur Oder was? Ja Ja, vielen Dank nochmal, ne So, kein Ding Und dann eigentlich nur so mal lang Achso 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 Wart mal so den neuen Helikoptern bisschen austesten Was er so kann und alles Achso Achso Na, hat sich gleich schön verbunden miteinander Ja, prima Auf jeden Fall Danke, danke Ne, gut, dann noch einen schönen Arbeitstag Und dann schönen Feierabend heute Abend Ciao, ciao Oh, auch noch einen schönen Tag Danke Hast du dich gut gern? Nein, nein, um Gottes Willen Ich hab schnelle Füße Ciao 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 Ich kann jetzt noch an den... Ey, mir haut's das Herz drum rum, Junge Er leckt mich fett Bum Geht's immer Ja, musst du mal hören, Alter Ich film' gerade heftig Hast du was zu trinken dabei? Ne, hast du nichts gehabt zu trinken? Der hatte ich vorhin gehabt, das hab ich nicht drinnen im Rucksack Warte mal, guck mal Warte mal hier, bleib mir hier stehen Nicht auf der Straße stellen Da vorne ist so ein Geisteskranker langgereizt Das ist vorn Ne, ich hab zwei... Hast du noch was? Ich drück mal Z noch, was du jetzt auf hast Freilich Es gibt nichts Da vorne sind Ja Ja Ich bin Wo bist du? Hinter dir, mir haut jetzt mein Herzen drin rum, Junge. Bum, bop, bop, bop. Das ist heftig, ich hab schon was zu tun, wenn es das geht, auch mal weg. Na warte halt, bei mir war es nur kurz. Warte halt mal, du enthältst dich vielleicht mehr durch für mich. Guck mal, was oben rechts steht. Und? Wenn du kommst mit Lockmacht hier, kannst du gebannt werden. Vorne stand 2N da, hier, Steuerung, Alt, Entfernen. Loll. Oh, mach ich hoch. Bep, bep, bop, 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 muss ich mal noch nie bei YouTube. Hörst du es nicht? Nö. Der kommt da einen Schritt näher, der ist besser, der blöden Mann. Hörst du mal Kopf hoch, hörst mal. Warte. Ich hör nichts. Alter. Los, weiter. Weiter. Warte mal, ich spresse mal noch was, warte mal. Das ist dann eine Nebenwirkung, aber ich sage, das geht dann schon wieder weg, weil ich muss doch auch schon weg. Nein, wir haben auch jetzt fast die Ohren davon. Guck mal, wir haben hier noch hier Laufrahmen, guck mal, komm doch mal schnell hier. Guck mal hin. Das ist wieder eine Anzeige. Ach, guck mal. Na, da ist ein Berg nicht drauf, gut, verstehe. Ah, hier ist Santa Maria, jawohl. Sehr schön. Warte, wenn du auch noch mal reden. Cool, ja? Jo. Kloster. Drück doch mal auf der Maustaste, Junge. Santa Maria. Ja. Dö, 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 dö. Alter. Was will ich machen? Mach dich hier auf, Junge. Guck dir das an, Alter. Ha, ist das geil, ist das geil, oder? Guck mal nach rechts, wo ich ihn gucke, ist auch noch was. Heftig. Das ist schon geil. Ja. So, na, gehen wir halt mal weiter, oder was? Na, brah, ey. Los, auf geht's. Da bietet Bass vor gar nicht auf zu, aber passt schon. Ja. Give me your funkbeat. Ja. Ja. Come on, baby. Da bietet sie. Ja. Ja. Ich hab schon ein bisschen Error drauf, ey. Ich hab schon ein bisschen Error drauf, oder? Hallo. Ich bin schön. Wir wollen wieder gehen. Jetzt mach ich erstmal eine Runde durch. Wir wollen wieder gehen, hallo. Jetzt weg, Aral. Dann bin ich auf den Strick mal durch auf. Dann hopp. War schön, ja. Ich hab mich auf den Strick mal durch. Scheiße. Das ist auch gut, alles. Das ist auch gut, alles. Yeah. Come on. Ja. Ja, ich hab's gut. Ich hab's gut gemacht. Ja. 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 Ja, ich hab's gut gemacht. Ja. Ja. Oh ne, nach Kramp alter. Nehm jetzt her. Oh jo jo. Mach mal ja die Türen zu, ey. Kramp hier, ey. Ja, mach doch die Tür zu, ey. Oh cool, oder? Aber nix los hier. Ja, okay. Wir sehen wieder die Letzte, die rausgehen, das ist wie früher, Alter. Wie früher, kein Spein mehr da, ey. Oh ne, wir drüben. So, die geht doch auch klar, oder? Ich drüben noch was? Auch nächstes Jahr. Ein Payball, wie das ist? Ja, irgend so was. Aber ganz, glaube ich, auch auflegen, glaube ich, hier irgendwo. Ah, da brauchst du, glaub ich, DJ online sein. Keine Ahnung. Hm, da mach dann Mucke. Hab ihn gewiss, blöd, genau. Hallo? Boxt du? Grüß dich, servus. Ah, schon wieder so ein Stummer. War so zu lange der Disco, oder was? Hallo? Hallo? Ah, ja. Ich hör dich nicht, ne? Hä? 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 Was? Redet ihr auch nicht, da kann ich ja nicht mal den Mund bewegen. Guck her, lest von meinen Lippen ab. Hallo, guten Tag. Wie ist dein Name? Keine Ahnung. Hm, nichts los. Ich probier's mal mit Gebärdensprache, oder? Hm, du. Du da. Geht da nicht. Keine Ahnung. Naja. Wiedersehen, schönen Tag noch, falls du das hören solltest. Das hat dich gar auch zusperr gehabt. Jo, machen wir da jetzt, mit dem hier. Keine Ahnung. Wir liefern mal bei der Polizei ab. Ja, und dann? Mal fragen, was mit denen ist, weil ich geht's dir ja nicht gut. Ja. Wo ist denn da Polizei? Musst du mal gucken. Ich würd sagen, wir bringen ihn ins Krankenhaus, oder? Ja, ist besser. Vielleicht geht's ihm ja nicht gut. Ja, ich wüsste nicht, was er für Drogen eingeworfen hat. Da kam bestimmt auch ein Statistikus, ein Mirage. Ja, das kann sein. Ich weiß nicht, ob sich was eingeworfen hat, oder so, dass er deswegen hier jetzt irgendwie Probleme hat. Dann fahren wir mal lieber ins Krankenhaus. Hallo. Ah. Oh, hallo. Ah, ja, okay. Ja, ich bin hier neu eingereist, und ich wusste nicht so genau, wie man hier redet. Ah, ne, ist okay. Ah, ja. Jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich, wie man hier redet. Jo, alles klar, danke, dass ihr mich mitnehmt. Ich bin also, wie gesagt, ganz, ganz neu hier. Ja, und wir müssen auch heute, das heißt dann nicht so. Wir müssen auch erst seit heute hier. Nein, Rot-Gelb. Ja. Was ist denn da oben los? Wo, wo? Da oben ist das Versorgung. Ich glaube ich was zu essen, das weiß ich. Warte mal, ich hab was. Ja, guck was die da oben machen. Danke schön für's mitnehmen. Kein Problem. Boah, jetzt ist ich so weit weg. Zeit ich hatte die bei der B ja hatte ich Sprachprobleme Warte mal kurz ich glaube das müsste gehen ich lieg dir mal was zu essen ja jo ja 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 eben hier oben ist Waffengeschäft, was geht denn da ab, Alter? eben Mike? Mike? Hans, hallo, wo bist du? Hans, bitte kommen Warte mal, ich probiere es nicht mehr zu geben, warte mal Das ist lieb von dir, danke Wie heißt du, Robby, gell? Robby Rob, mein Name Warte, ich gebe es dir, warte Musst du da mal in den Inventar gucken Komm mal bitte nach oben, alles klar Das möchten wir nicht Ja, hau rein, Alter Hi So, viel Spaß Danke Jo, komm mal Wie weit hoch denn? Ich sag mal Die dealen hier Oh Ich sehe deinen Filmcode Es ist egal, die Waffe 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 Wollen wir mal die Cops rufen? Ja Ja, wir sind da einständige Bürger, oder? Freilich Sekunde Nee, komm mal Tag Wissen returning 7 3 nossos 14 써 Das kommt ein Was? Aber ich halte die Fros-Kabel, und ich hab sie doch mal Was? Hybrid-Autos 7 Ja Was passiert mir denn? Boah Eif-Kalm Ich wollte Geld haben Ja, schön für Sie, dann gehen Sie doch da hin und bleiben Sie da. Tschüss. Ich helde, ich helde, ich helde nach. Solange Sie es leise machen, ist schön für Sie da. Aber wer fährt hier wie eine Audi-Fahrt heute? So, weil Sie, ich hab's lieben, ja? Nein, nein, nein. Ich wollte das so nachhelfen. Wie viel Geld braucht es denn für Ihr Ball? Das kann ich eben nicht, da gibt es keine Nächste, man muss ja jetzt. Da will man spenden und er rollt es dann aneinander. Hast du? Super. ich weiß doch jetzt auch nicht nur leere versprechung weg sind tatschentuch oder muss ich erst mal baum fällen sie sind aus zeltstoff dafür werden bäume getötet keiner nimmt euch ernst warum suchen sie denn hier in der stadt wenn sie jetzt ein waldmensch sind dann hauen sie doch ab vor allem warum macht die auto und kein fahrrad weil es gibt keine menschen da will niemand hin ja merken sie was mit dem fehler ich hab grad einen fehler gefunden das hat richtig verstanden habe ich dir gesagt ich habe es halt aus zelt aus zeltstoff zelt doch ja warum so kompliziert und nicht leicht aus ich glaube ich habe mich jetzt so ein bisschen wieder beruhigt er kommt aus asien ich bin kein böser mensch ich mag bäume ja aber ich verstehe dann immer noch nicht was wir denn hier in der stadt sind ich suche spenden gerne weil die leute die gehen kommen die zum wald abholzen die wollen natürlich nicht spenden wer sagt uns jetzt das welt geht auch wirklich in die pläne ja vielleicht sollten sie dann anfangen mal fahrrad zu fahren komm ich aber ich bin hast du gemacht oder was ja ich hab hab ich dir nicht gesagt was ich gerade gemacht habe ne ich hab die ganze zeit nicht gewahrt habe ich vergessen zu drücken gott sei dank weil die waren genau über uns auf dem parkdeck ich hab hunger und dorst dorst kann ich dir bieten warte mal jetzt irgendwo ein murder king ach hier ist da wirklich ist da wirklich ist da wirklich sprung alter ich bin unten und hole mal die kohle ich bin unten und hole mal die kohle holen das und und noch lieb doch was ein hat er hier sind nur zeugen so zeugen wir gesprungen ist dafür ich guck mir zu sein ich will mal die kohle ja das bein sieht aber gar nicht gut aus von dem herr das sieht böse aus hoffnungslos was ich rede mit dir und hab dich gar nicht ich muss man schon das Funkgerät nehmen richtig 5 Minuten höchstens denn überhaupt was ist hier los was ist hier los was ist hier passiert oh mein Gott der anderes gestolpert oh mein Gott das ist doch schlimm ach mein Gott das finde ich nicht lustig ich mag sowas überhaupt nicht kann kein Blut sehen wir gucken sie doch weg das ist doch kein Blut da ich sehe doch kein da kann ich auch hingucken die vertreten weil es in Geld dagegen das sieht cool aus das gefällt euch leider nichts mehr zu machen hoffnungslos lassen sie den liegen und dann ist gut die verfolgen sind irgendwann sind sie schon weg ich habe ein paar Blätter übergelegt das ist gut nein da ist leider nichts zu machen ja gut hier liegt hier liegt noch hier liegt noch wie geht es in die Herren wie geht es in die Herren wo ich das nein aber mir ist trotzdem schwummrig das ist für ein Krach hier mir ist trotzdem schwummrig da kann Geblut sind Eiermaler dann werde ich mal mein Auto in die Garage fahren ja Mito für Ihre Hilfe Frau Frau Ärzte ich bin Oberarzt ich war eine Ärztin ich war Ärztin ich war Ärztin ja ich habe das jetzt verstanden Entschuldigung Verzeihung war keine Absicht hier liegt noch irgendwas Mike da kommst du aber nicht ran geht immer gleich wie du sofort ist im Endeffekt genau das ist er wieder die sind alle so geweint zu mir der Förster Förster mit seinem Bost an dem Wald ich geh mich jetzt wirklich retten Mach's gut Du machst du denn jetzt was gescheits Boah schön das wächst keinen Gedanken zu haben Ligi Ah welches Land kaufst du? Lecker Witz Пол Airtel 2 genau weisz ich auch nicht Prozent müssen wir mal ihr Tablet aufmachen und einmal gucken ich hab keine Flat im Moment geht schlecht aus am Landmarkt ist ein LKW-Händler und BMW-Händler sind sie wissen oder die? ja das ist nicht wirklich Prozent wo es geht mit denen ja 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 ich liebe Bäume und den Wald hier vorne ist Feinde Tissow, du musst doch da rein gehen du könnt doch dancen hier gibt es aber keine Bäume und keine Büsche oh da mit seinen Bäumen, man ja nimm dir die Waffe und steck sie gegen den Kopf und drück ab im Baum hier kann man nur so grün sein weißt du dann musst du Fahrrad fahren mein Freund ich bin schon drin sehr einfach oh hier ey Ghost Rider Ghost Rider ja Ghost Rider ja mit seinem Mofa wie könnte ich denn gut Geld verdienen mit dem wir arbeiten gehen ja Holz verkaufen Holz verkaufen er will doch Bäume retten ja so guck mal hier guck mal hinter dir da guck mal hinter dir da da ist ein Baum umgekippt geh ihn schnell retten ach Liebe mit ihm driedem macht was macht denn da jetzt mit dem Baum warte mal was mach denn da jetzt mit dem Baum guck mal genau Wenn ich disse. Macht der auch ne Scheiße nähe. What the fuck. Das Ding hier rumgezerrt. Ey und so ist zu tief. Komm doch nicht drüber die Barsche Kante. What the fuck. Ach mei. Ey. Vorher vor das Auto gerammelt Alter. Renn wohl bei dir. Kommt dich erstmal ein Bier mein Freund. Ey sorry. Oh du sagst mir das ist in Ordnung. Alter Fimming. Fim doch. Fim von oben. Los dann lass mal krachen Junge. Hey yo. Ab geht's. Ja. Ja. Ich kann schon mal ein Bier holen mein Freund. Jo geht klar. Ja. 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 Ich bin so nehm schon. Ich bin so nehm. Ich bin so nehm. Warte mal, ich mixe mal was hier. Ja, mach mal was. Obwiss ich nicht reichen? Oh, jetzt wollte ich mit tanzen. Ey, mit dir tanze ich nicht. Warte mal. Warte mal, mein Peel ist von Frage 2 Eher. Ja, frage mich auch gerade. Sorry Leute, die sind aus. Ich war gerade im Lager, aber die sind aus. Was ist denn mit dem Saftladen hier? Ja, sorry. Ey, hier, den Asiaten. Ist das falsch? Ja, tut mir leid. Ich komme weg. Ey, komm mal wieder runter da oben, ey. Ich bin der Rechte. Ich bin der Rechte. Komm her. Ey yo, mach's gut, ciao. Ciao Bella! Wieder da liegt, Alter! Ist weggepumpt halt! Was ist da los? Einmal ob der unten ist. Oh Gott. Oh mein Gott. Notarzt. Den ist eh nicht mehr zu helfen. War auch gar nicht so ein grüner. Der sieht aus wie schlechte Drogen, ey. Da hast du voll den geholt den ganzen Abend. Da ist doch voll der Hund. Gut, mein Notarzt, hier ist ein besoffener Augen gekippt. Hehehehe. Tja. Ja, gut. So. Schon wieder hell hier, ey. Hm, stimmt. So, Wopf. Oh, da ist er weg. Entschuldigung. Oh nein. Dann werden wir morgen. Ja, dann bis morgen. Ich loge jetzt eh alles. Mach's gut. Und so. Und so. Ja, ja. Mach's gut. Und so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.